Es ist auch für die Türkei als auch für Wales das zweite Spiel bei dieser UEFA Euro in dieser Gruppe A Italien bislang mit drei Punkten auf Rang 1. Die Schweiz und Wales trennten sich am Ende mit 1 zu 1 und die Türkei unterlag mit 0 zu 3 zum Auftakt gegen die Squadra Azura. Und dementsprechend ist man heute schon etwas unter Druck. Es sollte ein Sieg gegen diese Waleser her. Es sollte ein Sieg am heutigen Tage für die Türkei am Ende zu Buche stehen. Wenn das klappt, dann hat man eine gute Möglichkeit ins Achtelfinale einzuziehen. Sollte das nicht klappen, wird es richtig schwer mit zwei Niederlagen entsprechend in Folge. Aber noch ist nichts gespielt. Und das bedeutet, hier ist alles offen für beide Teams. So, hier die Aufstellung der türkischen Mannschaft und spielt ein 4-1, 2-1-2. Versucht da also offensiv zu agieren. Aber auch die walisische Mannschaft um Hennessy spielt mit dem 5-2-3. Also defensiv stabil, offensiv doch mit drei Spitzen in der Hoffnung, dass das heute hier klappt. In der Hoffnung, dass man heute gegen die Türkei am Ende bestehen kann. Wichtig wäre es, die Türkei in weiß im ersten Durchgang von links nach rechts. Und die Walisa in gelb-grün im ersten Durchgang von rechts nach links. Für beide ist es natürlich auch so ein Spiel der Entscheidung. Wenn auch Wales heute verliert, dann auch das möglicherweise das Aus. Bei dieser UEFA Euro. Trotz könnte man noch auf vier Punkte kommen. Allerdings die letzte Partie spielt man gegen Italien. Und die haben hervorragend begonnen. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfach. Aber das sind im Moment nur alles Wenn und Aber. Und hinter der 90 Minuten wissen wir wahrscheinlich mehr. Jetzt mal Platz auf der rechten Seite. Zehnte Minute. Die Türkei mit der Chance. Erstes Mal annähern in Richtung Hennessey, Richtung Keeper. Der Waliser und der hält da den Fuß hin. Und das war ja unglaublich, was der hier macht. Dann kriegt er irgendwie den Fuß noch hin. Und so bleibt es beim 0 zu 0. Nächste Möglichkeit. Ecke nicht ganz so gut ausgeführt von der türkischen Mannschaft. Ball erstmal wieder aus der Gefahrenzone heraus. Und Toso. Man bleibt aber aktiv. Bleibt bislang in dieser ersten knappen Viertelstunde die deutlich aktivere Mannschaft. Bringt da deutlich mehr Druck aufs Tor. Tor, Cialanoglu. Da ist Yilmaz. Und wieder ist es Hennessey. Der auch diesen Ball parieren kann. Und es bleibt auch in dieser Situation beim 0 zu 0. Aktuell. Wieder die türkische Mannschaft. Wieder die Ecke ausgeführt. Wieder kein Durchkommen. Jetzt Konter über Gareth Bale. Da hat er viel Platz. Sieht James. Der probiert es mit dem Direktabschluss. Kommt nicht durch. Und jetzt aber auch mal der Ansatz seitens der Waliser. Mit der Gelegenheit zur Führung zum 1 zu 0. Die Möglichkeit wieder im Keim erstickt. Ramsey. Langer Ball. Versucht er auf Moore abzulegen. Aber der scheitert. Ja, ab und an kommt man auf walisischer Seite mal raus. Aber das ist nicht zwingend. Das ist bislang nicht ausreichend. Also man überlässt den Türken schon weite Strecken des Feldes. Und das gilt es hier unbedingt zu vermeiden. Moore jetzt auf Allen. Der kommt mit dem Ball nicht durch. Aber eben auch die Türkei auf der anderen Seite nicht mit der Möglichkeit. Und der hoher Ball auch der nicht sonderlich gefährlich. Und das bleibt bislang eine torlose Partie. Obwohl die Chancen auf beiden Seiten durchaus da waren. Halbe Stunde gespielt. Cavicci jetzt vielleicht für jemals wieder der Block. Und wie da in letzter Sekunde den Treffer vereitelt. Hier nochmal zu sehen. Gareth Bale, der Kapitän der Waliser. Mit der hohen Flanke. Und dann der Möglichkeit für James. Aber auch da. Der Ball. Viel zu hoch. Als dass er dem Keeper gefährlich werden könnte. Wieder Chilic. Den Ball auf Tosun. Jetzt mal der lange Pass nach vorne. Wieder abgelaufen mit Femm dieses Mal. Also die Abwehr, die steht. Bislang felsenfest auf walisischer Seite. Und da kann man sich auch wirklich von Glück schätzen, dass die Türkei bislang noch kein adäquates Mittel gefunden hat, diese walisische Abwehr zu nicht brechen. Denn offensiv hat die Türkei aktuell die Nase vorne. Nächste Möglichkeit. Wieder Hennessy. Und er will einfach nicht über die Linie. Da kann die Türkei machen, was sie wollen bislang. Es ist keine Chance, hier nur irgendwie auch im Ansatz diesen Ball zu verwandeln. Es laufen die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte. noch einmal die Türkei. Aber auch dieser Ball findet keinen Abnehmer. Und so langsam aber sicher, müsste man diese Chancen mal nutzen. Denn das kann auch durchaus am Ende zum Bumerang werden, wenn die Waliser nur eine Möglichkeit finden, da vorne gefährlich vor dem Tor aufzutauchen. Ein Tor könnte am Ende das Entscheidende sein. Egal in welche Richtung. noch einmal die Chance für die Waliser, aber gut verteidigt. Und so geht es mit dem 0 zu 0 in die erste Halbzeitpause. Und ich bin weiterhin gespannt. 3 zu 8 die Schussstatistik. Aus Sicht der Waliser. Also da kommt deutlich mehr von der türkischen Mannschaft. Aber die wissen das eben bislang nicht umzusetzen. Vielleicht jetzt im zweiten Durchgang. wieder Cavicci. Da ist Tufan. Cialanoglu. Aber auch der Ball zu ungenau. Gareth Bale. Aber es wirken tatsächlich beide Mannschaften, als wüssten sie genau, dass man hier und heute drei Punkte braucht. Und das steckt in den Köpfen drin bei beiden Teams. Denn klappen tut es bislang auf keiner Seite. Ein Unentschieden wäre für beide Mannschaften nicht wirklich ausreichend beim aktuellen Tabellenstand. Aber jetzt die Gelegenheit am Tor wieder vorbei. Und mit jeder Minute steigt natürlich auch die Nervosität. Mit jeder Minute, die man eben keinen Treffer macht, wächst diese Unsicherheit über eine mögliche Achtelfinal-Teilnahme bei dieser EM. Wieder Cilic. Jetzt kommt der Ball wieder rein, wieder rausgeköpft. Wieder grandios verteidigt. vorne der Wallisischen Hintermannschaft. gleich jetzt mal der Vorstoß. Der Gelb-Grün dann aber auch hier zu behäbig. Und da steckt heute überhaupt kein Selbstvertrauen drin. Und dieser Ball, er weigert sich vehement auf beiden Seiten über die Linie zu gehen. Jetzt vielleicht die Flanke der Türkei auch hier wieder im Ansatz nicht durchgekommen. Kontermöglichkeit jetzt für James mit dem Ball auf Allen, aber auch hier zu ungenau. Nächste Möglichkeit im Keim erstickt. Wird das hier ein torloses 0 zu 0? Diese Frage, die kann man sich schon mal stellen jetzt nach 65 Minuten und die Anzahl der Chancen, die waren da definitiv. Jetzt vielleicht mit dem Versuch. Weicht auf die Außen. Davies wieder auf Ramsey, James hoher Ball und da ist es! Das ist genau das, was man auf türkischer Seite so zwingend hätte vermeiden müssen. Die Türkei mit den immensen Chancen, aber die Valisa mit dem Tor, mit dem 1 zu 0 in dieser Partie. Unglaublich wichtig. Und da kommt Mua frei zum Kopfball. Keine Chance zur Verteidigung. Für den Torhüter der Türken. Und jetzt bin ich gespannt. Hat man jetzt möglicherweise die Büchse der Pandora geöffnet? Kommt da jetzt vielleicht auch was seitens der Türkei? 20 Minuten noch zu spielen. wieder eine Möglichkeit, aber die relativ ungefährlich. also es wäre schon der Wahnsinn. Die Türkei bestimmt diese Partie. aber Wales macht diesen Treffer und der wäre ganz wichtig für die Valisa. das wären drei wichtige Punkte im Kampf ums Achtel-Winale. Aber noch ist nicht alle Tagabend Kavicci wieder geblockt, wieder kein Durchkommen. und das hält sich hier wirklich bis zum Ende durch aktuell. in den letzten zwölf Minuten laufen. jetzt mal die Flanke, jetzt die Möglichkeit und der ist drin! Da ist er endlich, der Ausgleich für die Türkei. Ganz wichtiges Ding. Den hatte man so dringend gebraucht, diesen Treffer, aber auch da war jede Menge Glück dabei. aber sei es drum. Am Ende zählt nur der Treffer. Am Ende zählt das Ergebnis und das war so wichtig. Aber auch hier wieder hervorragendes Stellungsspiel vom balisischen Keeper. Und das war Wayne Hennessy, der 34-Jährige, der da mit allen Mitteln versucht gegenzuwirken. Zehn Minuten vor dem Ende Ausgleich für die Türkei. Suyuncu, Salanolu, Tosun wieder auf Tufan. Celik jetzt vielleicht das notwendige Selbstvertrauen dieser Partie zu drehen. Hier noch den alles entscheidenden Treffer zu erzielen. Möglich wär's. Unmöglich ist es hier tatsächlich nicht. Salanolu, aber der zu weit daneben. und jetzt wird das hier möglicherweise doch noch eine recht spannende Sache. Tocanolu, Tickte mir auf Yilmaz, schön nach vorne, Möglichkeit für die Türkei, 87. Minute. Aber dieser Wayne Hennessy, der wächst über sich hinaus, der hält den Walisern diesen einen Punkt hier absolut fest, Wahnsinn. Aber die Türkei bleibt dran, der Druck deutlich erhöht, Tosun bleibt hängen, Ball geht nach draußen, die letzten zwei Minuten, Gathers Bale. Mit dem langen Ball auf Moore, jetzt vielleicht Williams und das wär's jetzt, der Schlag, der Walisern hier quasi mit dem Ende der Partie wieder Treffer erzielen und damit auch den Siegtreffer für Wales. Man hält den Ball sehr weit, sehr lang vorne mit drin, zwei Minuten Nachspielzeit, man ist hier so einen Ticken festgefahren, jetzt kommt der Kopfball, Allen. Ball ist noch heiß, Ramsey, der nimmt Maß und der scheitert. Und das weiß er selber, wenn er den macht, dann ist dem Jubel hier keine Grenzen gesetzt. Das ist unglaublich, zuvor die Türken in der 87. Und hier hat Ramsey den Siegtreffer quasi auf dem rechten Fuß, aber Mert, der hält dieses Ding hier fest. Letzte Möglichkeit, Eckball Wales, Kopfball geklärt, aber der Ball noch heiß und jetzt dürfte es das Ende sein. Also, Wales und die Türkei trennen sich hier mit 1 zu 1. Das war wirklich eine hitzige Partie. Moore in der 69. Jemals in der 80. Sorgen dann also für dieses Unentschieden, was beiden nicht so wirklich hilft. Aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Heute gibt es noch eine weitere Partie, nämlich Italien gegen die Schweiz. Daumen hoch, würde mich freuen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020